Einen wunderschönen guten Abend hier im Restaurant Pondot. Einen wunderschönen guten Abend hier im Restaurant. Einen wunderschönen guten Abend hier im Restaurant. Einen wunderschönen guten Abend hier im Restaurant Pondot. Einen wunderschönen guten Abend in Hockenheim. Natürlich die Beschallung von Schall und Licht. Mike Wolf. Uwe, wie hat es dir gefallen? Publikum? Super Abend, super Leute. Tolle Location. Tolle Location. Jetzt haben wir das Restaurant. Wie hat dir das Essen geschmeckt? Ja, war lecker. Ich bin immer noch Pupsack. Ne, war toll. Ja. War insgesamt alles wunderbar. Es gibt nichts zu meckern. Einfach eine Tolle Location. Voll war es auch. Gute Stimmung. Wir kommen gerne wieder. Gute Stimmung. 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 Gute Stimmung.